Tagebuch eines Welpen Tag 5 Frechheit! Mein Boss schläft komplett durch und bewachtet mich nachts nicht einmal. Das geht doch nicht. Muss ich doch eh schon weit weg von ihr schlafen und kuscheln und gegenseitiges Wärmen ist in diesem Rudel auch nicht angesagt. Also habe ich beschlossen, mich einmal pro Nacht bemerkbar zu machen, dass sie weiß, dass es mich noch gibt. Also stupfe ich sie und küsse ihr das Gesicht. Allerdings mag sie das nicht. Sie raust mich dann immer an.